Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, weil du wirst niemals meine Stadt bekommen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Aufbauen hat seine Zeit. Niederreißen hat seine Zeit! Mein Kind. Es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt aufwarn. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Geh da rein. Er will die Zustand zu tun- Er ist in der Luft, was du wirklich mike zusammen haben. Geh da rein und kümmere dich. Was ist alles. Kann der L bateen sich fly. Aufbauen hat nicht. Keinst 42 Wars Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlaf wandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich. Eine wirkungsvolle Redewendung. Können sie dir bekannt fahren? Wärst du so freundlich, endlich zu Rheins Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen? Anzuhalten? Umzudrehen? Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Der Sklave gehorcht. Behalte! Behalte dich nach dir Rheins genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken? Ein Wärst du so freundlich, ich hilfreich. Ein Wärst du so freundlich, wenn du so freundlich in die Maschine zu feiern ist. Der Baby wird die Kamerlose agiert. Lösen wird die Maschine zerstört. Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Sushong hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelernt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in deiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Mama Tennenbaum hat gesagt, er hilft uns. Da ist er. Der wird uns alle retten. Ich mag ihn. Wer ist das? Er ist hier, um uns zu helfen. Ich mag ihn. Das war's. Das war's. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner Eif und Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Mit diesem Kommando hab ich dein Gehirn gerade angeregt, deinem Herz zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel. Aber irgendwann gehorcht es doch. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchonc und de Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt. Siegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Siegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur. Die Bobbi sieht da. Untertitelung des ZDF, 2021 Nein! 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 Er ist, er ist, er hilft uns! Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Deshalb musst du noch lange nicht Atlas und seine Banditen unterstützen, indem du die Gerüchte weiter verbreitest. Denk daran, Mary, Raptures Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Wo ich bin? Hey! Ich bin der Ordenfixer! Oh, hab ich dich er... Oh, scheiße! Ich bin der Tag! Ich bin der Tag! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist mein Repetitum! 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 Diese Tennenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Eine barmherzige Sammleritenriff oder wie? Pustekuren, das hörst du noch früher zu. Ich habe natürlich schon viel erlebt, aber wenn man den zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Es ist nur für dich. So, noch immer wieder. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Skinner-Boxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Suzhong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos, aber hinter seiner Hokus-Pokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hatte er Angst, dass ich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nr. 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plus-Meet. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll, nicht mal Tenenbaum. Und Suzhong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Suzhong. Er hat die Charge Nr. 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken trägt, muss ich das im Auge behalten. Da wird alles in Ordnung kommen. Oh, sie geht sein. Ich habe meine Hand gegen dich zu erheben, aber Geschäft ist geschehen. Was? 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 Ich bin echt glücklich. Endlich glücklich. Willkommen im Zirkus der Welt. Komm, Dieter, wenn du Geld hast, Kumpel! Ich stelle dein Verlangen im Zirkus der Welt. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ich helfe den Besuch. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Brunnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Brunnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Brunnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Brunnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung, aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Was ist da? Entschuldigung. Ich hoffe, es war eine vierten Mühpilchen. Unhütig! 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 BANG! BANG! Ich werde diesen Ort vermissen. Redshire war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten sie wüssten alles. Frauen, die dachten sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer. Waren mir schon immer lieber als Donner. BANG! 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 Ah! Das war's für heute. Ja, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Die Charge Nummer 192 hat eine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Gut. Such jetzt zu Chancellor Roy in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. 290. Raus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 für so leicht hören sie nicht auf die lüden von atlas und seine parasiten und 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 Das war's. Du hast den Mann gebrauchen. Aber all dein Geld auf die Gänsemutter zu setzen, ist ja nicht so, dass du noch nie auf die Nase gefallen wirst. Du weißt, was ich meine. Geh zum Point Prometheus. Wir regeln das wie Männer. Du, ich, ein U-Boot und mehr Elm, als du dir vorstellen kannst. Und dai, ich mich. Mach dich los,éttert mich zu Welcome! Am Tuna verschleif espaço! Geht dir? Oh! Vielen Dank.